Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mortal Kombat XL. Das letzte Mal haben wir uns mal diesen Turmkampf angeschaut, fand ich eigentlich ganz cool. Ich würde sagen, schauen wir uns mal King of the Hill an. Da gibt es zwei Versionen. Wir werden hier beide machen. Halt nacheinander. Aber gut, King of the Hill, classy. Ich bin gespannt. King of the Hill. So. Are they muted? Und jetzt... Okay. Hmm. Hmm... Du täuscht mich nicht! Round 1. Fight! Gut, nachdem ich mir das jetzt angeschaut habe, ich weiß, was King of the Hill jetzt ist. Das ist nichts, was für Videos geeignet ist, aus meiner Sicht. Noch dazu würde ich da einfach nur uploaden. Sprich, King of the Hill, für mich alleine, ja, in den Videos werdet ihr das nicht sehen. Gut, dann schauen wir uns noch, Teamkampf, Funktionsmatch, Teamkampf 3 versus, oh Gott, nein. Das kann ich den Leuten auch nicht darantun. Die haben uns das angeschaut, ich mache jetzt noch ein Spiel, ein Ranked Match alleine. Also zumindest ein bisschen was sie hatten. Tut mir leid für diese blöde Folge quasi. Türme werde ich aber, glaube ich, hin und wieder mal einstreuen. Nein. Ich höre. Ich habe mich von ihm, aber ganz gerne so vieles Mal. Ich fand die Luftgevors, dass ich gar nicht so leise. Dauw, ich bin jemanden. Ich gehe mich, die VerlLE. Ich bin, ganz schön. Das ist gut. Rund 1, FIGHT! Rund 1, FIGHT! Rund 2, 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 FIGHT!